Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Jedes gute Podcast-Projekt braucht eine Struktur und ich glaube, dass der Schlager, der Max und ich, hallo ich bin, dass du, eine wunderbare Struktur gefunden haben, denn wir kümmern uns letztlich hier nur über Filme, die entweder mit Wasser zu tun haben oder mit Feuer. Wir haben Under the Civil Lake, wir hatten Bowers Afraid, das war wässrig, sag ich mal, wir hatten aber natürlich jetzt auch Aftersun, das ist heiß und heute haben wir Burning. Ist das nicht toll? Ist das nicht eine super Erkenntnis? Hallo. Hallo, wow. Und Lighthouse, auch Wasser? Ganz klar. Ja, und Feuer. Da haben wir beide zusammen. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, krass. Also, als ob wir das geplant hätten. Ja, Sissi, ne paar, äh, äh, weg, äh, ja. Wasser und Feuer. Das heißt nämlich, Atwa, ö, o, de, o, de, Sissi. Super, klasse, toll. Ja, schön. Ja, hallo ihr beiden. Ja. Hallo. Ihr hört den Vanity-Podcast vom Tele-Stammtisch, der nur deswegen existiert, weil einer von uns es total toll fand, einen Podcast zu machen, dessen Titel wir nicht aussprechen können. Hallo, Max. Ähm, heute reden wir über Burning, einem südkoreanischen Film von Lee Chang Dong. Wer kennt ihn nicht? Und ein Film aus den Jahren 2018, der damals für Furore auf diversen Festivals gesorgt hat, ging sogar für Südkorea ins Oscar-Rennen, hat aber da nichts abgeräumt. Und ja, jetzt haben wir ihn geguckt und, äh, besprechen ihn. Und vorab die Frage an euch, war es eure Erstsichtung oder kaltet ihr den schon, Max? Sag mal. Ich soll als erster, gut, ich hab den einmal gesehen im Kino. Ich glaub fast sogar, das war, hm, vielleicht sogar der erste Film, den ich mit meiner Freundin damals geguckt hab. Könnte sein, weiß ich nicht. Ähm, war, 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 war damals, 2019, im Kino. Also ich hab, für mich war es die Erstsichtung und es könnte sein, dass ich dabei gelbe Socken getragen hab, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ah, ne. Bist du, bist du so der gelbe Sock? Ich frag mich, ich frag mich gerade, du bist eh so eine gelbe Person. Darf mal abgesehen. Das passt auch zum Feuer. Ich bin eine gelbe Person, ähm, weil ich so nach Senf rieche. Ja, bist du, aber du, du, du hast tatsächlich so einen leichten Gelbstich, also ich wollt nicht sagen, du als Person hast einen leichten Gelbstich, aber auch deine Comics und sowas, da ist ja immer sehr viel Gelb. Ah. Du magst noch Gelb, ja, das meinte ich. Ich mag Gelb, ja. Gelb und blau trock die Schlogger. Ja, genau. Jetzt wissen wir auch, wie Schlogger mit vollem Namen heißt. Die heißt Schlogger Simpson. Äh, genau, war die Erstsichtung für mich. Ich kann, hab von dem vorher noch nie gehört, also ich wusste auch nicht, dass der als Oscar-Kandidat reinging. Ich bin völlig unbedarft in die Sichtung gestorben hat, vor kurzem. Ja. Für mich war es die Zweitsichtung. Ich habe ihn zum Heimkinostart gesehen, weil er halt eben, also das, das, das Kritiker-Echo war halt sehr, sehr positiv und da, das heißt natürlich, ich muss das gucken und fand den auch sehr, sehr gut und habe ihn dann heute eben zum zweiten Mal gesehen, weil mir den Film jemand auf Blu-ray geschenkt hat und ich weiß leider gerade nicht, wer es war. Aber danke an dich, du, der das hörst. Ja, ja. Melde dich. Ich weiß gar nicht, ob es der Kollege Kühne war oder war es, ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall vielen Dank nochmal für die Blu-ray, ähm, die ich dann jetzt nutzen konnte. Und ja, ähm, nochmal kurz für euch da draußen, wenn ihr euch jetzt fragt, was machen die drei Hansel hier eigentlich? Ähm, wir wollen diesen Film jetzt besprechen. Allerdings wollen wir jetzt nicht die Frage klären, ob der Film uns gefallen hat oder nicht, sondern wir wollen mehr darüber reden, was wir in diesem Film gesehen haben. Denn, ich glaube, da sind wir uns drei einig, der Film bietet sich an, um ihn zu analysieren. Denn hier kann, glaube ich, jede Szene für jeden etwas anderes bedeuten. Oder glaubt ihr, dass der, dass ihr den Film am Ende komplett erfasst und verstanden habt? Naja, also was erwartest du von diesen Profis? Natürlich haben wir da nix verstanden. Natürlich haben wir, äh, ganz viel verstanden. Und zwar mehr, als man meinen könnte. Pro Szene haben wir uns mindestens 20 verschiedene Deutungsmöglichkeiten überlegen. Ja. Gut, ähm, ich würde mal ganz kurz die Handlung umreißen. Im ganzen Groben. Ähm, es geht um einen jungen Mann namens, äh, Jong-Soo. Der lernt eine, oder, ja, er kannte sie schon vor, eine alte Klassenkameradin. Die, äh, Hemi sieht er wieder. Und, äh, ja, sie kommen ins Gespräch und sie überredet ihn halt, dass er auf, äh, ihre Katze aufpasst, während sie irgendwie in Afrika ist. Und, ähm, sie haben dann auch einmal kurz Sex. Und dann ist, äh, Jong-Soo so nennt, kümmert sich um die Katze, die aber nicht auftaucht. Das ist so, erinnert mich so ein bisschen an, äh, The Bear Staffel 2. Mhm. Das war hier mal kurz erwähnt. Wo ich auch glaube, dass sie es vielleicht daher entnommen haben. Egal. Ähm, und eines Tages, was heißt eines Tages, kommt dann eben Hemi aus dem Urlaub zurück und bringt aber einen, ja, eine Urlaubsbekanntschaft mit, nämlich Ben, der, ich würde sagen, menschlich das krasse Gegenteil von Jong-Soo ist. Und, äh, dadurch entspinnt sich dann eine, ja, eine Dreiecksbeziehung ist es jetzt nicht. Aber im Prinzip geht es um diese drei Menschen. Und Ben erklärt dann auch noch, dass er ein Hobby hat. Nämlich, dass er, glaube ich, alle zwei Monate gern ein Gewächshaus abfackelt. Denn jeder Mensch braucht halt nun mal ein Hobby. Eben. Das ist im ganz groben Burning. Schön. Gut erklärt. Gut nachherzählt. Dankeschön. Genau. So ein bisschen aus der Sicht von Jong-Soo. Er ist der, der, den wir eigentlich verfolgen. Tatsächlich, ähm, jetzt bei der Zweisichtung ist mir das sehr deutlich aufgefallen. Bis auf die letzten fünf Minuten würde ich sogar so weit gehen und sagen, der Film ist komplett aus seiner Perspektive erzählt. Aus wessen? Aus seiner. Aus seiner. Ja. Es gibt nämlich kaum eine Szene, in der wir Jong-Soo nicht sehen. Zumindest von hinten den Hinterkopf. Und das hat immer so ein bisschen den Anschein, dass wir, zum Beispiel, es gibt ja diverse Szenen, wo man, wo die drei zusammen was essen, das immer so aus seiner Perspektive seht. Mhm. Okay. Genau. Also aus seiner Sicht erzählt der Film. Das heißt, äh, er aus seiner Sicht die Bewertung von den Charakteren und was passiert und eben besonders die, seine Reaktion dann auf das ganze Geschehen in den letzten fünf Minuten des Films. Ja. Sind wir wieder im idealen Fall. Äh, glauben wir dem Erzähler? Glauben wir ihm nicht? Glauben wir ihr? Hm. Sind sie zuverlässig oder nicht? Das werden wir jetzt alles klären. Also was, ja, was ich noch einbringen möchte, ich wusste ja auch wieder mal nichts über den Film vor der Sichtung. Und als er anfing, stand ja unten, äh, in den, wie heißt es eigentlich, die Anfangsbuchstaben? Opening Credits. Opening Credits, dass der auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami basiert. Und da war ich dann so, aha, das gefällt mir, denn von diesem japanischen Autor hatte ich mindestens ein Buch gelesen und zwar Kafka am Strand. Und denn, das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, weil der so mystisch, ein bisschen Fantasy auch, sag mal ich mal, drin, ähm, eben schreibt. Und da war ich dann eben neugierig, was dieser Film daraus macht und hab mir dann auch am Ende durchgelesen nochmal, was ist eigentlich in dieser Kurz, um was es in der Kurzgeschichte geht. Kanntet ihr die Kurzgeschichte oder den Autor denn, bevor ihr den Film gesehen habt? Ähm, also ich, mir ist der Name des Autors ein Begriff und ich weiß, dass ich, äh, letztes Weihnachten, als ich bei meiner Mutter zu Besuch war, bei der im Bücherregal ein Buch von ihm gefunden habe. Ich, es war bei meiner, nicht Kafka am Strand, es war irgendwas anderes. IQ 84 oder so? Irgendwas mit Farben, meine ich. Ähm, also ich könnte da jetzt nachgucken, aber wird, das tut man natürlich nicht im Podcast, das ist natürlich unprofessionell. Ähm, und ich hab da von die ersten 20 Seiten gelesen und kam da nie so richtig rein. Ich bin eh nicht so der große Leser. Ähm, wobei ich hab jetzt ne, äh, die Autobiografie von David Lynch gelesen, aber das gehört ja auch nicht. Ja, aber Murakami ist echt, da muss man echt in Stimmung für sein, der ist sehr, also für diesen Film ja auch, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, aber ich fand, als ich das dann wusste, hat der Film hat dazu gepasst, zu ihm. Obwohl er, wie gesagt, Japaner ist und der Film koreanisch ist, hat es trotzdem, äh, gut funktioniert. Obwohl ich jetzt natürlich nicht wüsste, was groß der Unterschied zwischen den beiden Kulturen dann wäre. Ähm, das Buch waren die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tatsaki. Ich hab noch nie gehört. Oh, die ist, es scheint ein neueres Werk zu sein. Und du, Max, kanntest du ihn? Ich kannte ihn, ja. Also, ähm, ja. Waren mal Nachbarn. Ich kenne den halt seit, keine Ahnung, 100 Jahren. Wie weißt du? Den irgendwann mal aufgeschnappt und dann ein bisschen verfolgt. So richtig viel gelesen von ihm habe ich aber tatsächlich nicht. Ja. Und in der Kurzgeschichte geht's ja eigentlich quasi nur, ist der Hauptfokus auf diesen, dass jemand diese Gewächshäuser abfackelt. Ja, das ist so, wie wenn's, keine Ahnung, also Kurzgeschichten sind ja immer, äh, kurz von dem her. Ja, das kann man ganz klar sagen, dieser Film ist alles, nur nicht kurz. Der geht 150 Minuten und er fühlt sich aber auch doppelt so lang an. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist, ich würde es schon verorten unter Slow Cinema, ähm, und in der Ruhe liegt die Kraft, aber ich hatte bei der Zweitsichtung wirklich meine Probleme, wach zu bleiben. Also, wie gesagt, das ist wirklich ein Film, da, für den muss man, da muss man bereit sein, da muss man Lust für haben. Es ist ein toller Film, das sag ich ganz klar. Aber es war jetzt schon bei der Zweitsichtung für mich echt schwierig teilweise, dem zu folgen. Ja, ihr hattet echt Glück, dass ihr den im Kino gesehen habt. Dann ist man einfach, äh, Immersion und so voll drin. Ich hab den ja leider nicht im Kino gesehen und ich muss schon sagen, achso, Entschuldigung, das hab ich dann einfach rein gelesen. Ähm, ich muss schon sagen, der Film war mir auf jeden Fall zu lang. Also, ich fand, es war klar, alles atmosphärisch und hat alles gepasst, alle Puzzleteile, aber den hätte man auch gut kurz sein. Ihr habt alle so ein aufregendes Leben. Wisst ihr, ich, wenn mal drei Stunden weg bin, fällt's niemandem auf. Und bei euch weinen dann alle. Trotz allem hat der Film wirklich eine gewisse Faszination. Du hast ja schon gesagt, als du diesen Murakami erwähnt hast, dass der so was Mythisches hat in seinen Büchern. Ich finde, das ist auch der Film, was sehr Mythisches hat, was fast schon Mythologisches. Und es gibt in dem Film ein paar Momente, wo ich mir auch dachte, ich glaube, jeder andere Filmemacher, Filmemacherin hätte daraus jetzt so einen Astrein-Killer-Film gemacht oder Serienmörder-Film. Weil es ja schon Momente gibt, wo man so ein bisschen drauf kommen könnte, dass zumindest einer der drei Figuren vielleicht dann doch ein Serienkiller ist. Ich würde sogar sagen, die zweite Hälfte ist doch eigentlich so ein bisschen schon Krimi irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Ja, aber er ist jetzt nicht so, sag ich mal, Effekt-Escher-Regime. Also er agiert jetzt nicht danach, finde ich, wirklich Spannung zu evozieren. Ja genau. Und dann auch hier noch kurz der Einwurf, das hier ist ein Dauerspoiler. Also ganz klar, wir sprechen hier über alles, was uns einfällt, worüber wir Lust haben in diesem Film. Und deswegen entweder ihr Zuhörer, ihr Lieben, ihr habt diesen Film schon gesehen und könnt mit uns hier mitdenken. Oder ihr drückt jetzt auf Pause, schaut euch drei Stunden, beziehungsweise zweieinhalb, diesen Film an und kommt dann wieder zurück und drückt auf Play. Ja. Also ich finde halt schon, dass es relativ, für mich zumindest, klar ist, dass dieser Ben vermutlich ein Serienkiller ist. Übrigens Ben wird gespielt von Stephen John, den wir ja schon mal hatten. Wir haben ja mal die Serie Beef besprochen. Da war er ja auch mit dabei. Da war auch Feuer irgendwo bestimmt. Da war auch ganz viel Feuer. Ganz viel Wasser. Und wie gesagt, ich glaube, dass man hätte es ganz einfach inszenieren können, dass dieser Jong-Soo diesem Serienkiller halt auf die Spur oder Stiche kommt und das Schicksal von Haemi dadurch aufklärt. Ich finde aber, dass Burning einen anderen Weg geht, dass der Regisseur Li Chang-dong mehr interessiert daran ist, dass wir sehen und verfolgen, wie sehr Jong-Soo da hineintaucht. Weil ich finde, dass Ben menschlich gesehen, so das Gegenteil ist von Jong-Soo. So in allen Bereichen. Das fängt beim Auto an, das fängt mit der Körperhaltung an und vom ganzen Wesenszug her. Genau. Also Jong-Soo fährt eine alte Karre, wohnt auf einem Bauernhof, steht eher krumm da, guckt auch, steht da mit offenem Mund, ist vielleicht nicht, hat nicht die krasseste Bildung genossen, lächelt nicht so viel und Ben fährt mit einem Porsche rum, verdient viel Geld. Wir wissen auch nicht, es wird nie gesagt wie. Wir kennen ja Steven Yeun, der sieht auch nicht schlecht aus, hat eine gute Körperhaltung, dem scheint auch die Sonne aus dem Arsch. Und das zeigt der Jong-Soo auch immer. Sag mal, hab doch mal ein bisschen Spaß, Junge. Stell dir doch nicht so an, was ist denn da los? Danke. Aber ich muss da gleich sagen, also wir können hier die Aspekte ansprechen, dieses Mystische, warum wir diesen Film überhaupt ausgesucht haben, warum man über den nachdenken kann. Und ich finde, man kann den Film auch so deuten, dass es kein Serienkiller ist. Also ich finde, es ist nicht ganz so eindeutig. Und dann macht es das Ende umso spannender. Ja. Also das Ende finde ich halt in der Hinsicht spannend, weil am Ende ist es ja so, dass Jong-Soo Ben umbringt. Und er tötet ihn ja, er sticht ihn und dann karte ihn in seinen Porsche und zieht sich aus, tut die Klamotten rein und brennt dann den Porsche ab. Und verschwindet dann so, ja, nackt durch, in der Nacht, sag ich mal, oder in der Landstadt. Die Abendzone, Abendhimmel. Ja. Und man kann es ja auch durchaus so interpretieren, dass er damit nicht nur seinem Nebenbruder losgeworden ist, sondern vielleicht auch ein Teil seiner selbst, die er nicht mag. Denn auch wenn Ben halt in allen Bereichen in Anführungszeichen besser ist als Jong-Soo, menschlich ist er halt ein, ja, Totalversager. Ich meine, da gibt es diese Szene, wenn Amy beim Essen irgendwie sagt, dass sie sehr traurig ist. Und was sagt Ben darauf, so, ich kann nicht verstehen, dass Menschen waren, das ist doch voll scheiße. Ja, aber da reagiert Jong-Soo auch nicht geiler. Also die sitzen beide da. Die Frau erzählt gerade, dass sie in Afrika einen Sonnenuntergang gesehen hat. Ich glaube, in Nigeria war sie. Nigeria. Und gesagt hat, sie hat sich gewünscht, nicht mehr zu existieren. Und der eine reagiert. Komm in meiner Welt. Da downerst du es wieder am Start. Wir können da gerne drüber reden in Ruhe, wenn du das möchtest. Genau. Aber beide reagieren nicht drauf. Und der eine sagt, eben, ich habe noch nie geweint in meinem Leben. Aber gibt es für euch noch andere Punkte, die das unterstützen, dass er menschlich ein Versager ist? Das habe ich nämlich gar nicht so krass. Also ich glaube, dass er sich halt selbst so sieht. So habe ich es aufgefasst, dass er sich halt selbst so sieht. Als menschlicher Versager. Ja, also dass er halt durch Ben halt so ein bisschen merkt, dass es halt eben vielleicht mehr im Leben gibt. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt mal dahingestellt. Jong-Soo sieht sich als Versager. Mit Ben konfrontiert. Genau. Okay. Und was ich halt eben auch interessant finde, ist, dass ja, wie gesagt, die Haemi ja irgendwann auch komplett raus ist. Und dass sie ja trotzdem um sie geht, aber sie ist gar nicht da. Und das trifft ja auch ganz gut, was du gesagt hast, dass sie das erzählt und beide Männer da einfach gar nicht so richtig drauf eingehen. Also dass sie ja fast schon, ich möchte jetzt, also mir fällt kein besseres Wort ein, aber fast schon so ein bisschen objektifiziert wird. Also sie, sie wollen sie halt haben, aber eigentlich nur um das Haben für Willens. Also sie ist ja auch, Entschuldigung. Nee, sag du, Max. Sie ist ja während des Films eigentlich mehr oder weniger, finde ich, durchgehend eher so ein mythisches Wesen. Das ist so ein bisschen die, die inneren Triebe der beiden Jungs irgendwie kitzelt und rausfordert und so ein bisschen dafür sorgt, dass die beiden, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihre Wünsche signalisieren und offenlegen, weil sie sind ja beide, ich finde, nicht unbedingt sehr gesprächig. Und, aber ich meine, so im Verhalten finde ich jetzt schon, dass die Hämie eigentlich im Prinzip immer so wie so ein Trigger wirkt. Ja, also ich finde, auch wenn wir hier drüber reden, klingt das alles so eindeutig, die buhlen um sie, aber das ist, der Film ist ja null eindeutig. Also die kommt ja am Flughafen an mit diesem Typen und man denkt sich, ja, okay, das ist jetzt ihr neuer Dude und, aber es wird ja nie, die haben ja, die tauschen ja keine Zärtlichkeiten aus, man checkt eigentlich nie ganz, ob die zusammen sind. Es wird, glaube ich, einmal kurz gesagt, also John Suu fragt ihn, glaube ich, warum, warum triffst du sie oder so? Why are you seeing her? Ich habe es mit englischen Untertiteln geguckt, aber es wird eigentlich, könnten die auch nur Freunde sein. Also das ist alles so ganz unklar und dahingestellt. Ich denke auch, dass vielleicht unter Umständen ist es wichtig, dass man ein bisschen die koreanische Kultur, ich meine, das ist ja, da schwingt er da auch immer mit, so die koreanische Oberschicht, wie es jetzt auch bei Parasite beispielsweise war. Ben ist definitiv einer von den Leuten, die praktisch Kohle haben, egal wie sie sie machen. Ich würde ihn irgendwo in, also der ist auf jeden Fall irgendwo Kapitalist und macht seine Kohle entweder in krummen Dingern oder auf jeden Fall nicht durch ehrliche Arbeit, wie es John Suu versucht und es wohl auch nicht schafft. Und ich glaube, das ist so ein Ding, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Also ich glaube, es ist irrelevant, wie Ben Geld verdient und ob es illegal oder was weiß ich ist. Und John Suu, der wohnt ja auf diesem Hof und versucht, ein Autor zu sein und zu schreiben. Wir kriegen ja auch nie ganz mit, womit er sein Geld verdient. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, was du angesprochen hast, dass im koreanischen Film und ja auch in Parasite, da muss ich auch dran denken, dieses Schicht und Schichtunterschiede ein Thema sind und ein Motiv auf jeden Fall. Und das sieht man ja auch an John Suu, das hast du ja auch schon gesagt, dass der an Ben dann eben sieht, okay krass, der ist in einer ganz anderen Schicht als ich. Warum? Wir sind doch gleich alt. Warum ist der so ein Überflieger und ich bin hier auf dem Hof? Ah, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Gut, danke. Ja, raus. Also ich meine, der Umgang mit Hämie ist eben von Bens Seite eher so, dass sie mehr oder weniger, glaube ich, ich glaube, dass der halt immer wieder neue, wie sagt man, neue Accessoires, also die Frau als Accessoire irgendwie sieht. Da ist ihm auch relativ egal, ob sie jetzt mehr oder weniger, keine Ahnung, gebildet ist oder nicht. Weil ich glaube, Hämie ist da eher so ein bisschen, ich finde schon, dass die ein kleines Naivchen ist, die, oder was heißt Naivchen, eine Person, die mehr oder weniger vielleicht eher, vielleicht spirituell sogar ein bisschen unterwegs ist und gar nicht so viel Wert auf, auf, auf ein, ja, wie sagt man, wahrscheinlich normales, erfolgreiches Karriereleben hat, weil sie haben mehr oder weniger auch von einer Arbeit zur nächsten irgendwie tingelt und die dann auch nicht sonderlich anspruchsvoll beziehungsweise nicht sonderlich akademisch sind auf eine gewisse Art und Weise. Und ich finde, dass Chong Su ihr gegenüber eher so eine gewisse Stoik, sagt man das so, Stoik, hat die Kälte. Kälte, ja. Da ist er irgendwie, da erinnert er mich immer so an, keine Ahnung, so wie Männer wahrscheinlich in den 60er Jahren irgendwie waren, so ja, keine Gefühle oder Emotionen zeigen, weil ich finde schon, dass man irgendwie, sie hat ihm schon öfter mal die Möglichkeit gegeben, ihr zu sagen, dass er sie liebt oder als Freundin haben will oder so, finde ich. Also sie ist Chong Su schon ein bisschen näher, so auf romantischer Ebene. Ja, das wird ja auch sogar verbalisiert von Ben. Das ist dem Chong Su ja gar nicht bewusst. Aber Ben sagt ja irgendwann, erklärt ihm ja, du, die Hemi hat mir gesagt, dass sie, dass sie dich echt gerne mag und dir nahesteht und das Gefühl hat, dass sie dir alles sagen kann und vertrauen kann. Und da war ja diese eine Szene, dass die zusammen auf dem Hof von Chong Su kiffen und dann, also dass sie tanzt, ist ja sowieso so ein Thema. Sie hat ja erzählt, es gibt diesen kleinen Hunger, dass man eben normalen Hunger hat und es gibt diesen Great Hunger, den großen Hunger, dieses Wissensdurst, würde man auf Deutsch sagen, dieses Streben danach zu wissen, warum man lebt, was ist der Sinn. Und da hat sie ja in Nigeria beobachtet, wie die dazu getanzt haben und um diesen Hunger sich so zu stillen so ein bisschen. Und als sie dann gekifft haben, zieht sie sich ja einfach aus, ist dann oben ohne und tanzt dann auch. Und dann kommt diese, die ich auch echt schlimm fand, die Szene, also sie ist menschlich schlimm, dass der Chong Su zu ihr sagt, warum ziehst du dich denn aus, einfach so aus vor fremden Männern wie so eine Schlampe. Und ab dann merkt man erst mal, dass sie ein bisschen drüst, also sie ist schockiert, dass er das sagt und ab dann ist sie auch weg, dann taucht sie nicht mehr auf. Das ist also, erstens mal ist es in der Hinsicht, finde ich, ein Knackpunkt und es ist aber auch überhaupt so ein bisschen ein Knackpunkt, weil tatsächlich, du weißt ja auch bis auf diese, keine Ahnung, wo sie auf dem Markt tanzt, ganz zu Beginn, weiß ja auch nicht, ob sie nicht da mit, mit Strip Dance oder sowas auch irgendwie früher ihr Geld verdient hat, mit. Aber das… Ja okay, nur weil eine Frau sich gerne auszieht, heißt das nicht, dass sie… Nee, nee, das nicht, aber… Was ist ein Wunderpunkt generell ist? Tatsächlich, ich glaube, dass das erstens mal könnte es für sie ein Wunderpunkt sein, weil vielleicht unter Umständen hat er da irgendwo reingetroffen, wo vielleicht bei ihr alte Wunden sind. Und auf der anderen Seite finde ich, dass sie, ja wie soll man sagen, ich gehe eher so auf die Serienkiller-Theorie und bei dieser Serienkiller-Theorie ist für mich dann auch wichtig, dass Ben einen, ja wie sagt man, einen einfachen Zugang zu, ich sag's jetzt mal flapsig, einen einfachen Zugang zu hübschen Frauen hat. Und weil ihm das anscheinend dann auch irgendwie wichtig ist mit dieser Trophäenjagd und allem. Und da kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass da unter Umständen… Ich meine, es muss jetzt kein Strip-Lokal sein, aber es reicht ja auch, keine Ahnung, eine andere Form von Erwachsenen-Entertainment. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine Barbekanntschaft vielleicht war. Aber ich… Da ist mein, wie sagt man, meine Fantasie, die lasse ich da gern mal ein bisschen von der Leine. Okay, also dafür gibt es keine Anzeichen? Nee, nee, Anzeichen nicht, aber wie gesagt, also so an sich, ich meine, das wäre jetzt auch nicht die… Es ist ja auch so eine leichte Form von femme fatale auf eine gewisse Art und Weise. Ich finde, der hat eh so ein bisschen was Detektivisches, Mystisches auch, der Film. ergibt sich für mich auf eine gewisse Sichtweise, Lesart. Und du, du bist so stuhl, so stuhl. Bist du eine Stulle? Das klappt nicht. Das kriegst nicht hin. Still und stuhl. Okay. Was sagst du denn? Was ist Haymi? Ist sie eine femme fatale oder ist sie ein Naivchen? Irgendwie alles. Das ist ja so unglaublich schwer bei dem Film, den zu fassen, zu bekommen, weil da irgendwie so viel passt. Ich sag mal so, es gibt doch diesen Begriff von Schrödingers Katze. Also ist die Katze tot in der Box oder nicht tot? Und das filmische Äquivalent ist Haymi's Katze. Wir müssen mal langsam so einen Button einführen, den jeder von uns drücken darf, wenn so ein kleiner Augenöffnungs, wie sagt man, Moment ist, den jemand geliefert hat. Den würde ich jetzt drücken, diesen Button. Ich finde ja eine ganz coole Interpretation oder Sichtweise. Aber die Katze existiert doch, weil er von ihr Köttel im Katzenklo sieht. Ja, aber auch da ist es halt so, ich meine, der ganze Film, du weißt halt ehrlich gesagt, also ich zumindest bin mir manchmal echt nicht sicher, ob vielleicht Jong-Soo vielleicht nicht die einzige reale Person ist, die wir da sehen. Ja, weil er seinen Roman schreibt. Weil die ganze Geschichte ist ein Roman. Also weil er schreibt seinen Roman und halt die letzten Szenen, wenn er den Ben umbringt, finde ich halt von den Inszenierungen ist das so, dass ich das erste Mal das Gefühl hatte, dass wir es auch nicht aus seiner Perspektive sehen, sondern aus so einer subjektiven oder objektiven, besser gesagt, Perspektive, so aus Gottes Auge. Und das würde ja dann so passen, dass er dann damit seinen Roman abschließt. Aber es gibt halt wirklich keine, keine an, also stichhaltigen Punkte, dass ich sagen kann, das ist so. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist so ein Schwebefilm. Da ist alles so in einer Schwebe. Das ist zum einen unglaublich faszinierend und auch stark gemacht, aber auch, da muss man ehrlich sein, stellenweise auch ein bisschen frustrierend. Ja, das passt gut, ja. Und viel zu lang. Also man hätte dieses, 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 ähm, dass sie dann verschwindet, passiert ja nach einer Stunde und 45 Minuten. Ja, in der Mitte, würde ich sagen, tatsächlich. Also recht bald, dachte ich. Och nee. Und dann dieses, genau was du sagst. Also es ist eigentlich ganz cool zu überlegen, äh, was war's denn jetzt? War er's? Und es könnte beides sein, das ist cool, aber es ist auch irgendwie frustrierend, genau. Das ist, dieses Gefühl hat der Film bei mir auch hinterlassen. Und ich möchte kurz auf dieses letzte Szene, weil die hat mich wirklich beeindruckt. Du hast es aus Gottes Auge genannt, das würde so klingen, als wir es von oben gefilmt, von der Seite gefilmt. Aber was das Tolle ist an der Szene, es ist halt eine, eine Plansequenz. Also es ist ohne Schnitt, ohne, zumindest ohne sichtbaren Schnitt gemacht. Und da haben wir eben diese, die zwei Autos von den zwei Jungs treffen sich auf dem Land. Der eine steigt aus, der eine bringt den anderen um. Man sieht, wie er... Das klinkt mir aus. Boy Meets Girl! Genau, und man sieht auch, wie der andere versucht zu fliehen, wie er in seinen Armen stirbt, wie er sich, der eine sich auszieht, etc. Auto abfackelt und zu seinem eigenen Auto sich noch versteckt vor einem Auto, wo es vorbeifährt. Nee, er versteckt, okay. Aber das ist alles in einer langen Plansequenz. Und sowas liebe ich, weil das wirkt so nah und so echt dadurch dann. Und das fand ich eine richtig coole Szene. Richtig cool inszeniert. Ja, definitiv. Ich muss aber sagen, wenn ich eine Szene herausstellen müsste, wo ich glaube, das ist so der, das Zentrum des Films ist übertrieben, aber die Kernszene ist die von dir eben genannte Szene, wo sie halt Marihuana rauchen auf diesem Hof. Weil da ist ja ganz viel drin. Du hast da, wo Helmy erzählt, dass sie Jong-Soo als Kind mal aus dem Boden gerettet hat. Was, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Jong-Soo hat sie gerettet, genau. Genau. Und da ist auch der Moment, wo sich Jong-Soo halt Ben öffnet und sagt, dass sein Vater ihn gezwungen hat, nachdem Mutter sie verlassen hat, alle Dinge zu verbrennen, die der Mutter gehört haben oder die ihn an seine Mutter erinnert. Und daraufhin Ben ihm ja erzählt, dass er dieses Hobby hat mit dem Gewächshaus. Und dann gibt es ja auch irgendwann später die Sache, wenn Ben ihm sagt, dass Helmy eigentlich immer so einsam war und dass sie jetzt quasi wie ihn Rauch aufgelöst hat. Was ja auch wieder den Schluss zulassen würde, dass er sie vielleicht einfach verbrannt hat. Es wird ja, glaube ich, immer gesagt oder Jong-Soo meint irgendwie, er hat noch kein brennendes Gewächshaus gesehen. Das ist mein Augenöffnungsgeräusch gerade. Und zwar dieses, das Gewächshäuser verbrennen, für ihn heißt Frauen verbrennen. Jo, die Frau ist das moderne Gewächshaus. Ja, wir wissen jetzt ja nicht, was Gewächshaus auf Koreanisch heißt. Vielleicht gibt es da irgendeine mega coole etymologische Verbindung. Naja gut, aber es ist ja gar nicht so weit weg. Ich meine, jetzt darf ich mich mal wieder weit aus dem Fenster lehnen. Die schlafen ja zu Beginn miteinander. Und vielleicht unter Umständen ist sie ja bei der Beschlafung befruchtet worden. Und deswegen jetzt ein Gewächshaus. Also Gewächshaus oder Treibhaus auf Koreanisch heißt Unzil. Also falsch ausgesprochen, aber Und was heißt Frau? Frau? Frau heißt Gott, Jo-Song. Okay, also es ist kein bisschen, es ist ein ähnliches Zeichen wie Gewächshaus? Nein, ich glaube, du verrennst dich da jetzt. Aber du, die Frau ist ein Gewächshaus. Ja, warum? Ganz ehrlich, du kannst doch eine Frau, kannst du doch gut als Gewächshaus bezeichnen. Also metaphorisch finde ich so durch diese, es wächst ja in einem Raum, kann ja etwas heranwachsen. Du sprich Koreanisch. Ja, also Gojang Iga Eoedi Isini heißt Wuse Katze. Okay, das ist schön, das ist sehr wichtig. Was ich auch wichtig finde übrigens, dass eben hier Ben immer sagt, er fackelt als Hobby, weil man es eben so macht, diese Gewächshäuser ab. Und Joong-Soo, also es fragt ihn ja dauernd, hast du schon wieder ein Gewächshaus abgefackelt? Weil er es sich zum Hobby macht, alle Gewächshäuser bei ihm in der Nähe zu kontrollieren. Weil er eben miterleben will, wenn es abgebrannt ist. Und Ben sagt dann ja, ja, ich hab schon was abgebrannt, ganz bei dir in der Nähe. Und Joong-Soo dann, äh, hast du nicht, ich kontrollier die alle. Also diese, das ist ja auch in der Kurzstory von Murakami, dass jemand behauptet, er würde Gewächshäuser verbrennen, was ja schon ein wichtiges Hobby wäre, es aber gar nicht tut wahrscheinlich. Also es ist einfach nur eine Angeberei. Das ist, ich wollte, man könnte also quasi auch so annehmen, dass Jong-Soo, äh, Quatsch, dass Haemi einfach gegangen ist, weil Jong-Soo sie halt beleidigt hat, ne? Und er sich dann reinsteigert und jetzt deswegen Ben umbringt, weil er glaubt, er hätte was mit ihrem Tod zu tun. Also das könnte man auch da reinlesen. Ich meine, nur weil eine Person nicht da ist, heißt es ja nicht automatisch, dass sie tot ist. Wir können ja mal drüber sprechen, was sind denn Anzeichen, die, da gibt es ja schon ein paar, die dafür sprechen könnten, dass Ben nicht nur ein eventueller Mörder, sondern auch Serienmörder ist. Was spricht denn da dafür? Also hauptsächlich für mich natürlich die Szene, wenn Jong-Soo in Bens Schublade diese Armbänder findet. Und eines davon ist ja ganz deutlich das, was mal an Haemis oder Haemis Knöchtel, sag ich mal, gehangen hat. Aber ich meine auch, dass da Armbänder sind von Frauen, die man da vorgesehen hat. Und das ist natürlich, das macht jetzt wieder die Schublade auf, ist, ob das vielleicht dann auch nur eine Fantasterei ist von Jong-Soo. Ja gut, gehen wir mal davon aus. Ich meine, wir sehen sie ja. Ich meine, was im Fernsehen ist, stimmt ja. Aber du meinst, man sieht Armbänder, die man vorher auch an den Armen von anderen Frauen gesehen hat? Ich bin mir halt nicht sicher. Aber ich weiß halt, ich habe mal einen Bericht gesehen, ich bin nämlich sehr schlau, vor einigen Jahren, dass halt in Korea Armbänder relativ beliebt sind. Also es gibt ja auch diese Handy-Anhänger, die in Asien relativ populär sind und hierzulande gar nicht. Das heißt, Armbänder haben einen anderen Stellenwert im asiatischen Raum oder im südkoreanischen Raum als bei uns. Und ich meine, da vielleicht im Film die eine oder andere Person auch gesehen zu haben mit einem Armband. Aber ich kann das jetzt nicht unterschreiben und werde das jetzt bestimmt auch nicht vereiden. Aber ich hatte das Gefühl, bei der Szene, wenn er die Schublade öffnet, dann hat er ja diese Uhr oder was immer das ist, die, wie ich finde, das war ganz klar die von Haemi. Ja, ganz klar. Und ich meine auch, dass da halt Sachen drin waren, Armbänder, die ich da vor im Film vielleicht schon mal gesehen habe. Aber das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, vielleicht habe ich mir das auch mal eingebaut. Also er hat die Schublade schon zum zweiten Mal, er hat sie ja schon mal angeguckt, weil da war dieses Armband drin mit Buchstaben dran und da stand Michelle drauf oder so. Wo ich dann die ganze Zeit dachte, okay, der Ben hat eigentlich eine Frau und die heißt Michelle und habe da so drauf gewartet und geachtet. Und das war, glaube ich, nur so, um zu zeigen, dass die Armbänder haben auf jeden Fall ganz viele unterschiedliche Stile. Also, dass irgendwie angedeutet wird, es könnte von unterschiedlichen Tragerinnen kommen. Ja, wobei, was ich gerne gerne noch bereden würde, nur als kleines Vermerkvergleich, über die Namen würde ich gerne noch reden wollen. Okay, sehr gut. Also wir haben die Anzeichen mit den Armbändern auf jeden Fall. Und Max, was wolltest du jetzt noch sagen? Achso, nee, ich wollte dir irgendwas sagen. Ich könnte ein weiteres Anzeichen nennen. Ja, genau. Ich würde Ben, Bens Art ganz einfach sehr, sehr Patrick Bateman-ig auch bezeichnen. So dieses, der Psychopath, der keine Gefühle hat sozusagen, weil er ja immer oft drauf zu sprechen kommt. Ich meine, er weint nicht, er hat sich eifersüchtig gefühlt, obwohl er das eigentlich nie macht. Also, dass er im Prinzip ja ein relativ gefühlskalter, emotionsloser Mensch ist, was man dann auch merkt, wenn er mit seinen Freunden irgendwie unterwegs ist oder sowas. Du hast immer, also, weiß nicht, die Figur wirkt immer relativ teilnahmslos und nur, ja, vielleicht so ein bisschen in sich selbst oder an sich selbst interessiert, kann man das so sagen? Ja. Also, er ist ja irgendwie schon auch an Jong-Soo interessiert. An ihm? Ja, vielleicht. Ja. Aber da sind wir ja, da sind wir ja jetzt an dem Punkt, weswegen die Geschichte interessant ist. Weil, das hatten wir ja damals auch bei Hannibal Lecter und Jodie Foster, ne? Die sind doch immer aneinander interessiert. Da ziehen sie sich an den Joker und Batman. Aber da war es zu 100 Prozent, dass er keine Katze hat. Ja. Genau, aber wo Katze? Die Katze könnte ja auch, es gibt auch ein katzisches Anzeichen, dass er den Mörder sehen könnte. Ja gut, er hat halt eine Katze, ne? Und sagt, äh, zwei Mal. Wobei, da muss ich ganz klar sagen, wenn etwas unrealistisch ist, dann, dass man den Namen einer Katze ruft und sie sofort kommt. Das machen die Viecher nie. Olli! Chino! Genau. Also, es geht ja darum, dass, ähm, äh, Jong-Soo auf Haimis Katze aufgepasst hat. Wie hieß die? Habt ihr das mit deutschem Titel geguckt? Boili. Boil, genau. Und, ähm, dann hat irgendwann, schon länger nachdem Haimis verschwunden ist, taucht bei Ben eine Katze auf im Haus. Er meinte, er hatte sie, sie ist ein Streuner, er hat sie gefunden und er hat sie noch nicht, äh, hat ihr noch keinen Namen gegeben. Die Katze haut dann irgendwann, rennt zur Tür raus und Jong-Soo hilft sie zu fangen und findet eben heraus, vermeintlich, er ruft sie Boil. Also, diesen Namen. Er denkt einfach, dass das die Katze sein könnte von Haimis, weil es in seine Theorie passt. Und plötzlich kommt die Katze aufgrund, oder was auch immer, des Namensrufens zu ihm in die Arme, was für ihn wahrscheinlich ein Beweis ist, okay, das ist Haimis Katze. Er hat sie ja noch nie gesehen. Er weiß ja nicht, wie die aussieht. Was ein relativ schwacher Beweis ist. Es ist ein Indiz. Aber Stuhl hat natürlich, Stuhl hat natürlich recht, welche Katze kommt denn, wenn man sie ruft? Ganz ehrlich, aber welche Katze, wenn denn seine Katze Boil, also kochen? Also, Brennen, Boil, Burning des Wassers. Denn die Boil hast du mit Nachnamen. Okay, aber viel mehr Anzeichen, dass er der Mörder ist, gibt's doch gar nicht. Also, er hat eine Kälte, das ist mit der Armbanduhr, was ja ziemlich, das ist schon eigentlich, das ist ja schon auf die Fresse so ein bisschen. Ich finde, dass überhaupt so dieses Gewächshaus, das lässt mich nicht los, tatsächlich, der wirkt wie so ein, durch und durch, ich sammle meine Frauen auf, weil ich gut aussehe und sie sind vielleicht ein bisschen einfältig und lieben meinen Reichtum. Dann kommen sie zu mir nach Hause und alle zwei Monate bin ich gelangweilt und hau ihnen eine Axt in den Schädel. Verbrenne sie. Was zu der Kälte passt, dass er ja auch immer sagt, sowas wie, ja, also die He-Mi, die ist halt einsam und die, weil Jong-Soo sagt, ja, weißt du, ob sie auf einer Reise ist, hat sie da irgendwas zu dir gesagt? Also, ne, das kann die sich gar nicht leisten, die ist doch broke as fuck. Als würde es ihn kein bisschen berühren und als würde er auch gar nicht aushelfen wollen, der reiche Sack. Sehr empathisch schmeckt er nicht. Ich hätte da noch eine Theorie, die mir jetzt spontan gekommen ist, weil, du hast ja gerade eben den Namen Michelle gesagt, also die Freundin von Ben und dann ist mir mal aufgefallen, also Steven John heißt Ben und das ist ja, sei mir ehrlich, jetzt wirklich kein wirklich südkoreanischer Name. Ja, und diese Szene, wenn sie da kiffen und sich unterhalten, ich hatte da auch manchmal das Gefühl, dass He-Mi nie mit beiden gleichzeitig so richtig interagiert. Und meine Theorie, ich sage nicht, dass sie stimmt, weil es ist eine Theorie, ist, vielleicht sind halt Jong-Soo und Ben die gleiche Person, denn, also jetzt nicht von wegen schizophren, sondern einfach, Max wird das ja kennen, weil, also gerade als Mann, weißt du, man nennt eine Frau kennen und findet die zum Beispiel toll oder möchte sie irgendwie Eindruck schinden oder möchte, dass da irgendwas Romantisches läuft und ist aber so mit Unsicherheit vollgepumpt, dass man vielleicht überlegt, wie kann ich mich darstellen, damit diese Person mich toll findet und manchmal macht man so Fehlentscheidungen und glaubt dann, hey, wenn ich so ein richtig cooler Typ bin, wie dieser Ben, dann habe ich da Erfolg und das macht dann auch wieder Sinn, weil ich finde halt, dass Jong-Soo relativ ein netter Kerl ist, ein bisschen einfältig vielleicht, aber nett, aber nach diesem Gespräch mit diesem Marihuana-Dings, er ja wirklich der armen Frau sagt, nachdem die da irgendwie ein bisschen aufreizend tanzt oder sich aussieht, du bist eine Hure und das klingt mehr nach einem Mann und einer Person, der sich durchzusetzen vermag und das ist nicht der Jong-Soo, den ich da die Stunde davor kennengelernt habe, das wäre so in grob meine Theorie. Also ganz ehrlich, bis auf das Letzte würde ich dir recht geben, ich würde da nicht sagen, dass das klingt nach einem Mann, der sich durchzusetzen vermag, sondern eher nach einer Person, die gerade die Fassung verliert. Ja, okay. Aber das passt, also ich finde, das passt, klar, also ich muss erstmal sagen, ich weiß nicht, ob das ein netter Kerl ist, der ist halt einfach still und nur weil der nichts Blödes sagt, heißt das nicht, dass er was Nettes sagt. Ich meine, du kennst ihn erst seit zweieinhalb Stunden. Also bitte. Und dass er das zu ihr sagt, passt ja auch ein bisschen dazu, weil er eifersüchtig ist, dass sie sich auch einfach vor Ben auszieht, also das hat… Ja klar, das passt auch, das passt auch. Also wie gesagt, wir sind wieder in dieser Schwebe, weißt du, dass wir… Also er ist überhaupt nicht empathisch und checkt, was für ein zartes kleines Pflänzchen die Helmi eigentlich ist, aber er kennt sie auch eigentlich gar nicht, die haben sich ja seit der Kindheit nicht gesehen und haben sich jetzt ein paar Tage, obwohl er schon eindeutig verknallt ist in sie, ja. Ich kenne das halt aus eigenem Erfahrung, dass man… Jetzt ist sie beide verknallt. Nicht, das hat nicht immer unbedingt was auch mit Romantik zu tun, sondern manchmal man trifft jemanden und findet den oder sie halt toll, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, das muss nicht zwanghaft was mit Romantik zu tun haben und versucht dann vielleicht jemand zu sein, der man nicht ist, weil man selber das Gefühl hat, der, der ich bin, der reicht nicht aus, der könnte für den anderen vielleicht uninteressant oder enttäuschend sein, was ja natürlich ein totaler Schwachsinn ist, aber so funktioniert es halt manchmal. Aber wie die Eigenwahrnehmung… Du, haben wir nicht gestern Trauzeugen besprochen. In diesem wahnsinnig, in dieser hochwertigen deutschen Komödie, hört euch unsere Besprechung an von heute zu Trauzeugen, sagt doch, der Scheidungsanwalt, seine Theorie sei, dass man, solange man noch keinen Partner hat, versucht man das Beste von sich darzustellen und ein Bild von sich darzustellen, das eben das bestmöglichste Bild sei. Er sagt es nicht so negativ, dass es nur ein Bild sei, sondern dass man sich wirklich verbessert und sobald man in eine Beziehung kommt, versumpft man und gibt sozusagen auf und schränkt sich nicht mehr. Das ist die kleine Küchenpsychologie. Ja, der Film war sowieso nur eine höchstens, eine ganz kleine Küchenpsychologie. Dafür weiß ich jetzt, dass ich mit Schlaggau… Ich brauche bloß ein Jahr nach einem Beziehungsanfang auf die Waage stellen mich und dann weiß ich, wie was los ist. Okay, aber ich finde das eine echt schöne Vorstellung, aber da kommst du ja auch drauf, weil die zwei Kerle so eindeutig gegensätzlich sind. Also die sind ja beide, die sind ja zwei, ich glaube das sind auch zwei Gesellschaftsmodelle in Südkorea, die natürlich ich als alter Südkorea-Experte beide wirklich gut kenne. Aber es gibt ja immer so diesen Begriff, oder den gab es damals, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, von diesen ganzen Gangnam-Fonsis, die irgendwie zu schnellem Geld gekommen sind in Südkorea und das dann irgendwie raushauen für Koks, Nuttenautos, was man sich halt so kaufen kann. Und das ist für mich Ben, weil das sieht man dann auch, die Leute, mit denen er sich umgibt, die er seine Freunde nennt, mit denen er sich dann zum Essen oder in den Bars oder im Club trifft, die sitzen ja dann irgendwie da, saufen ihren Shampoos, ihre ganze teure Scheiße und Hemi erzählt dann mehr oder weniger von ihrer spirituellen Erfahrung mit dem Tanz und dem kleinen und dem großen Hunger, Sponsor bei Müller. Und dann merkt man ja, dass diese ganze Gesellschaft sich überhaupt nicht dafür interessiert, für Sinnsuche oder sonst irgendwas. Die machen sich über sie lustig, genau. Und Jong-Soo bemerkt das und hat auch den Eindruck, dass er bemerkt, dass Ben das weiß und das passt so zu seinem Accessoire-Gedanken, dass er sie sozusagen mitbringt als Tanz-Affe-Tanz für meine Oberschicht-Freunde. Und was dann noch mit dazu kommt, das ist jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, wem ich das erzählt habe, vielleicht habe ich es auch nur mir erzählt, aber ihre Brüste sind bei dem Tanz größer als sie zu Beginn miteinander schlafen. Ich glaube, er hat ihr eine Brust-OP geschenkt. Beim Sonnenuntergangs-Tanzen? Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass ihre Brüste sehr groß waren. Okay, mir nicht, das muss ich googeln. Aber das waren keine Narben da. Nee, natürlich sind keine Narben da, aber ich weiß nicht, wie nah man rangehen muss, um die Narben zu sehen. Außerdem, du konntest ja einen Brustwarzenschnitt machen. Ja. Okay, wenn man googelt, Burning Bigger Boops, findet man nicht das, was ich haben möchte. Nee, das ist, also es ist tatsächlich, es kann natürlich sein, bei der Sexszene zu Beginn, da liegt sie ja auch. Ja, die schwoppen zur Seite dann die schönen Brust, ne? Ja, aber trotzdem, also das Volumen wirkt mir doch ein bisschen. Aber jetzt, weil ich mich gerade selbst überrasche, die großen Brüste könnten ja auch ein Anzeichen dafür sein, dass sie gerade ein Gewächshaus geworden ist. Max, ich bin ein bisschen begeistert. Von mir? Und, Achtung, ich schmeiß jetzt hier noch ein Indiz rein, was ja ein bisschen gegen die Serienkiller-Theorie spricht, finde ich, muss aber nicht sein, dass ihre Wohnung plötzlich total aufgeräumt ist und ihr Koffer ist ja auch noch da. Und ich dachte irgendwie, warum sollte er als Serienkiller ihre Wohnung aufräumen? Nee, das hat sie selber gemacht, weil sie ein neues Leben anfangen wollte, das habe ich mir in meiner Welt so eingeredet. Ich kann mir gut vorstellen, Serienkiller sind sehr tidy people, außerdem ist seine Wohnung auch aufgeräumtes Fuck. Aber warte, ich will zu deinem Gewächshaus. Nämlich hatte sie vorher am Kühlschrank, sie hatte ja relativ viel Krimskrams so rumhängen und am Kühlschrank hängt ein Kinderfoto und das ist dann weg. Ja, und weißt du auch warum? Weißt du, was ich mir vorstellen kann? Die ist in Nairobi, hat da diesen Terroranschlag überlebt. Dann kommen sie heim und sie hat in Nairobi irgendwie festgestellt, ah, Morgenübelkeit oder sowas, vielleicht ist sie schwanger von ihm, von Joyen, wie heißt der, Joyen? Jong-Soo. Jong-Soo, genau. Und dann merkt man ja immer wieder, wie sie beispielsweise, sie hat dann so eine kleine Mäusehaftigkeit, hofft eigentlich, dass Jong-Soo sie heimfährt und nicht bedden. Und so Kleinigkeiten. Traut es sich aber auch nicht zu sagen. Vielleicht ist da irgendwas im Verborgenen, dass es da eigentlich ein Gespräch hätte geben müssen, das heißt wie, tja, ich hab dir das Kondom leider ein bisschen zu spät drüber gezogen. Vielleicht, aber vielleicht hatte sie auch mit Ben Sex in der Zwischenzeit. Und sie weiß nicht, von wem das Kind ist. Und es ist die Burning Question in ihr drin. Ich hab übrigens noch was, was zu diesem, dass Ben so oberflächlich ist und in der oberen Schicht und ihm eigentlich alles egal ist. Und zwar, was ich ganz witzig fande, wir haben ja während Jong-Soo sein Badezimmer durchwühlt und diese Schublade findet, findet er beim ersten Mal auch diesen Make-up-Kasten, wo man sich schon kurz fragt, hä, wohnt da doch eine Frau? Was ich ja dann erst dachte. Und dann wird ja am Ende kurz eine Szene gezeigt, dass Ben seine vermeintlichen Opfer oder seine Freundin, auf jeden Fall Frauen, schminkt. Ja, so ein kleiner Fetisch, das können wir sagen. Ja, genau. Kleines Hobby, sein richtiges Hobby. Genau, dass er dieses so ganz oberflächlich ist und es passt auch, er wollte eher auch die Brüste größer machen. Also sie sind ihm zwar egal, aber bevor er sie abfackelt, macht er sie nochmal schön. Ich glaube, wir müssen ja wahrscheinlich, also aus der Sicht einer, ich meine, der Film wird ja hochgelobt, kein Film wird hochgelobt, wenn er nicht irgendwo eine politische Botschaft hat. Die muss ja da auch irgendwo drinstecken. Das muss ja irgendwas gesellschaftskritisches sein, da muss ja irgendwo der Ding zwischen Armut und Reichtum. Also da, ich weiß gar nicht, auf was ich hinaus will. Dass du diese Botschaft jetzt gerne finden möchtest, aber das haben wir doch mit der in den Schichten. Die Botschaft ist ja, die ist ja gar nicht zu übersehen, aber ich wollte auf irgendwas anderes hinaus. Aber vielleicht komme ich da gleich wieder drauf. Okay, ich habe, Moment, Stu, du wolltest noch über die Namen sprechen, das hast du ja schon. Achso, das habe ich schon getan. Genau. Es war einfach nur, dass dieses Ben und Michelle, das klang halt, das könnte halt einfach auch so, das klingt so ein bisschen erfunden einfach, weißt du? Also ich weiß, dass es, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Arbeitskontakt nach Singapur oder sowas hat, Leute aus dem asiatischen Raum geben sich ab und an irgendwelche englischen Namen. Ja, das kenne ich auch, dass sie eben einen Namen haben, den wir schrecklich dummen Westler aussprechen können. Aber das hatte ich den Eindruck, ist eher von ein bisschen ärmeren Ländern, dass die das machen. Ja, aber ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass eben das auch so ein bisschen das Ding ist, wenn du dann in Korea irgendwie zu Wohlstand gekommen bist und um einfach, weil er ist ja ein Blender, ne? Er ist ja irgendwo so ein, wie wir schön sagen, ein Schachtelhuber, ja, ja. Also der Ben, Ben ist doch einer, der mit der offenen Brieftasche herumläuft, weil ich meine, das ist, also der Schein ist mehr wichtig bei ihm. Ja, Max, du willst doch nur nicht akzeptieren, dass der Typ einfach so ein kleiner, reicher ist, der einfach keine Gefühle hat. Ja, also für mich ist Ben der Geilste. Okay. Für du bist Ben der Geilste. Soll ich das auf die DVD hinten draufschreiben? Kannst du gerne machen. Ich weiß nur nicht, auf welch. Guck. Eine random DVD. Ihr bringt mich immer raus, ihr seid so nett. Du musst dir die Sachen aufschreiben. Ich kann nicht schreiben. Ein Bro, und zwar kein Pro-Tipp, sondern ein Bro-Tipp. Ah, okay. Ich hätte nämlich noch was, noch ein Thema, noch ein Motiv des Films. Und zwar dieser Brunnen. Sie sagt ja, das wurde ja schon gesagt, dass sie in einen Brunnen gefallen sei als Kind. Well, well, well. Girl, how the well. Und dass sie als Kind gerettet wurde von Jong-Soo. Er kann sich nicht daran erinnern. Ja. Ihre Familie kann sich nicht daran erinnern, dass das passiert sei. Die behauptet sogar, es gab nicht mal einen Brunnen. Und Jong-Soo versucht ja jetzt irgendwie neben dieser Wahrheit, wo sie dann hin verschwunden ist und ob sie Ben umgebracht hat, auch rauszufinden, ob dieser Brunnen und diese Brunnen-Geschichte wahr ist. Um vielleicht herauszufinden, ob sie generell jemand ist, der lügt oder die Wahrheit verdreht vielleicht. Und das ist ja völlig wirr, ob es diesen Brunnen gibt oder nicht. Vielleicht ist das mit dem Brunnen ja einfach wirklich eine Lüge. Und alles, was zu lügen und zu tun hat, in dem Film hat was mit dem Wasser zu tun. Ja, aber vielleicht ist Feuer. Mona Wasserman. Nee, ähm. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen ihre Masche ist, weil sie es ja nicht direkt sagt. Jong-Soo, komm, lass uns, lass uns da mal miteinander, ne. Und, ähm. Er ja auch nicht. Entschuldigung. Natürlich er auch nicht. Aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich rede jetzt von ihr. Okay. Sie macht's auch nicht. Und sie sagt zu Beginn ja auch irgendwie so, die kommt ja dann, das ist ja schon die zweite Olle-Kamelle, mit der sie kommt. Ganz zu Beginn sagt sie, du bist einmal zu mir rübergekommen auf der Straße und da gesagt hast, wie hässlich du mich findest. Findest du mich jetzt immer noch hässlich? Das ist ja auch so eine alte Geschichte, die sie da irgendwie ausgegraben hat, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Also könnte es unter Umständen ja sein, dass das immer so ein paar kleine, wie sagt man, ihr kleiner Umweg, um vielleicht ein bisschen was aus ihm rauszulocken, die tun sich aber auch nicht gut. Also davon mal abgesehen, das ist Kommunikation aus der Hölle. Naja, und sie ist, das ist total toxisch, dass sie, also da kommen wir ja auf was ganz anderes, da kommen wir auf die Schönheitsindustrie in Korea ja auch zu sprechen. Ja, bitte, danke. Sie, wenn es ihre Realität ist, hat er als Teenie oder als Kind zu ihr gesagt, du bist mir zu hässlich und was macht sie? Sie lässt sich, wie viele anderen Frauen auch, aus anderen diversen Gründen, sie sagt ja, du erkennst mich nicht, weil ich hab mich Schönheitsoperieren lassen. Und dann versucht sie sich ihm anzunähern, also wir sehen ja auch, dass sie ihn auch mag und es wird ja auch durch Ben bestätigt. Sie hat ihm ja gesagt, sie findet, Jong-Soo ist ihr Vertrauter. Und dann sagt er auch noch dieses eben, sie hat gedacht, er mag sie jetzt langsam und dann kommt eben dieses, du bist du schlamble, was machst du, gell? Und das zerbricht sie dann nochmal. Das ist die höchste Verletzungsdingsprobleme, weil wenn jetzt, wenn jetzt ich auf jemanden stehen würde und diese Person würde zu mir sagen, du bist doch nur ein FDPler, dann wäre ich aber auch. Ja und zwar gerade noch ein Moment, wo du dich scheinbar nackt gemacht hast, im übertragenen und im literally wortwörtlichsten Sinn. Sie hat ja da gedacht, sie hat da einen Freiraum und kann da tanzen und dann kommt er und zerstört dieses ganze Vertrauen. Also er ist der Böse. Na sie wirft ihm schon mehr Krumen hin, muss man sagen. Ich meine, sie wirft Ben keine Krumen hin. Die sind beide, diese Männer sind beide so kalt. Ja, aber sie wirft Ben keine Krumen hin. Ja, das kriegen wir nicht mit, genau, das finde ich auch. Oder sie benutzt Ben nur, um Jong-Soo eifersüchtig zu machen, was sagt ihr dazu? Das könnte unter Umständen tatsächlich sein, das wird aber jetzt so ganz ehrlich gar nicht so in, weiß ich nicht, gar nicht so für mich zu ihrem Charakter irgendwie passen. Aber ich meine, Menschen sind vielschichtig, von dem her kann das nicht. Aber was ist, wenn der Film, wenn es in diesem Film nur darum geht, dass Haimi versucht, Jong-Soo rumzukriegen? Ja, das ist… Sie hat eben die Geschichte mit dem Brunnen, du hast mich gerettet, ich will nur noch dich, ich habe mich für dich operieren lassen, weil du gesagt hast, du findest mich hässlich. Ich bringe diesen Typ zurück, ich lasse dich meine Katze füttern, wir haben Sex. Und als sie dann vermeintlich meint, okay, das bringt ja nichts, weil du hast gesagt, ich bin eine Schlampe, verschwindet sie. Na klar, aber es kann natürlich auch sein, dass das mehr oder weniger so ein bisschen sein John-Soo's Wunschdenken ist, weil er ist ja derjenige, der auf ihr Foto onaniert wird, der den Fernsehturm angeschaut. Unterschätze nie die Erotik vom Fernsehturm. Ich habe mir schon gedacht, der sieht ein bisschen, der sah ein bisschen aus wie der Münchner Fernsehturm. Da warst du kurz erregt, als du aus deinem Fernsehturm guckst, Max. Ja, ich sehe den, ich sehe den. Ganz ehrlich, wenn ich in Köln unterwegs bin, und da ist dieser Kölner Fernsehturm, wo das abgefallene T-Online-Zeichen noch dranhängt, oh, da werde ich schon rattig, muss ich ehrlich sagen. Aber war da, also was… Und der Hamburger Fernsehturm? Kennst du den Hamburger Fernseher? Ach, du wohnst ja in Hamburg, sorry, ihr verwirrt mich, da wollte ich jetzt kurz die Frage stellen, und jetzt habe ich sie schon wieder… Ja, jetzt kommt sie wieder zurück, die Frage. Und zwar, was bin ich für ein Wiesel heute? Was hat das eigentlich zu bedeuten, dass sie so offen… Ja, was heißt so offen? Dass sie das erwähnt, dass die Sonne nur immer einen kurzen Augenblick in ihr Zimmer scheint? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so eine Szene, da steckt so viel, nicht Aufwand, aber ich hatte schon das Gefühl, dass der Regisseur dieser Szene sehr wichtig ist. Ist das dieser flüchtige Augenblick? Weil die schlafen ja miteinander, und während er oben liegt und mehr oder weniger dann zu seinem Finishing-Move kommt, dann sieht er ja dieses Licht, er schaut ja nicht ihr in die Augen, er schaut auf die Wand und sieht, dass der Fernsehturm das Licht kurz rein strahlt und zehn Sekunden später ist es wieder weg. Also, vielleicht ist das ja, der hat ja auch ein scheiß Leben, darf ich mal aufgesehen, vielleicht ist das so sein… Er oder sie. Er. Ich weiß nicht, wie ihr es ist. Pass auf, ich bin ja jetzt aus ihrer Sicht, du bist aus seiner Sicht, genau. Und zwar, sie hat ein Zimmer, ultra dunkel, und zwar das einzige Licht, was in dieses Fenster mal fällt, direktes Licht, ist nämlich ein indirektes Licht, was vom Fernsehturm geblendet, abgeblendet wird. Das heißt, ihr Leben in düsterner Einsamkeit, die ist ja eine sehr einsame Person, die keine Freunde hat, orientiert sich nur auf dieses winzige kleine Sonnenstrahlchen, was nicht mal echtes Sonnenlicht ist, sondern eben nur von einem Blender kommt. Er klickt hier von einem Pallos-Symbol. Du kriegst jetzt auch den Augenöffnungströt. Mensch. Von einem Pallos-Symbol. Nee, ich find das gut mit diesem, das einzige Sonnenlicht stammt von einem Blender, und dann kommt Ben ins Spiel. Ja, und ich hab, das find ich natürlich auch super, weil ich die Theorie jetzt gesagt hab, und ich hab die ganze Zeit drauf gewartet, weil es, wie du gesagt hast, wurde ja so inszeniert, als wär das irgendwie epochal, und es hätte auch zu Murakami gepasst, aber es kam ja gar nicht in seiner Kurzgeschichte vor, dass immer, wenn Jong-Soo in der Wohnung sitzt und onaniert, das zu dem Punkt macht, wann dieses kleine Licht dann wieder auftaucht. Ich hab dauernd gewartet, dass es, oder dass es beim Wichsen eben kommt, oder er sitzt ja am Ende, hat der ja, man merkt ja, dass irgendwie der Knoten geplatzt ist, und er dann, er schafft es ja nie zu schreiben, aber in ihrer Wohnung schafft er dann gegen Ende zu schreiben, und dass da dann dieses Licht irgendwie auftaucht. Glaubst du vielleicht unter Umständen, dass er einfach nur nach Inspiration gesucht hat, dann sind wir aber wieder bei diesem typischen, alle Autoren schreiben irgendwann mal so dieses Buch, in dem sie über ihre Schreibblockade schreiben, und das wäre ja dann so dieser Punkt. Egal, Stu, bitte. Ähm, mir ist, ich weiß nicht, aber die Schlocke hatte ich ihn, glaube ich, nicht gesehen, weil es ein Horrorfilm ist, aber dieses Licht hat mich ein bisschen an unseren alten Freund Harry Esther erinnert, und an Harry und Harry, genau. Das nur mal so erwähnt. Ich dachte nur einfach, wir müssen einfach in jeder Ausgabe mindestens einmal Harry Esther erwähnen. Was macht der eigentlich heute so? Der macht doch, der schreibt doch den Cowboy-Film. Ich schreibe ihn mal kurz an, ach so mit. Ähm, ja, also wir haben auch schon dieses Autor, dass er Auto sein wird, da wird ja kurz gesagt, sein Lieblingsautor sei William Faulkner. Was weißt du denn über William Faulkner? Ich weiß nicht zwei Sachen dafür, und zwar die eine Sache ist, dass der zweite Teil des Films ist ja, wie Jong-Soo versucht, Beweise zu finden, dass Ben Hemi umgebracht hat, indem er ihn dauernd verfolgt, sehr unauffällig die ganze Zeit mit seinem sehr auffälligen Auto. Und er trifft ihn dann einmal in einer Bar und da liest Ben ja William Faulkner, weil er eben sagt, du hast gesagt, du magst ihn, deswegen wollte ich ihn auch mal lesen. Das unterstützt ja meinen, warum hat dieser Ben so viel Interesse an diesem Mann? Auch Theorie. Und das zweite ist, dass William Faulkner auch eine Story geschrieben hat, die auch Barn Burning heißt, wie die von Murakami. Ich finde das eh ganz gut, dass dieser Ben, er kommt zurück aus Nairobi. Warum war der in Nairobi? Er hat wahrscheinlich Urlaub gemacht. Keine Ahnung. Aber ist Safari in Kenia? Ist Nairobi so ein Urlaubsort? Ja, ist Kenia. Kenia ist Safari-Hochburg. Also, ich meine, da kannst du dich mit viel Kohle schon ziemlich im Protz urlauben. Aber der kommt daheim und vielleicht hat ja Ben auf eine gewisse Art genug von dieser Eitelkeit des Materialismus. Und er sieht in Jong-Soo so eine gewisse, ja, was weiß ich, einen Menschen, der ein bisschen mehr Tiefgang hat. Er ist mysteriös, er ist ruhig, er ist in sich gekehrt, er schreibt. Und Hemi, eine Frau, die ihm optisch sehr zusagt, eine von wahrscheinlich 140.000, die er abschleppt des Nächtens, fühlt sich, und das sagt sie ihm auch, Jong-Soo mehr hingezogen. Vielleicht möchte er von ihm lernen, wie es so sein mag, vielleicht ein bisschen mehr Sinn in sein Leben zu bekommen, abseits des Materiellen. Ne, okay, ihr seid nicht da so. Doch, 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 doch. Das finde ich, das gefällt mir, das gefällt mir. Also er hat auf jeden Fall, ja, doch, finde ich. Ähm, 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 ist gerade noch was, was ist mir denn noch eingefallen? Jetzt bin ich, dass der Gehirnwiesel, den der Max die ganze Zeit macht und versuche, dass ich während ich rede, auf meinen Punkt zu... Hat es was mit Farben zu tun. Mit Farben hat der Film gar nichts. Ach so, ja, dieser Telefonanruf, den der Jong-Soo die ganze Zeit nachts kriegt, was bedeutet das? Erste Frage ist, wer glaubt ihr, ist es? Oder ist es überhaupt immer eine Person, oder ist es falsch verwählt, oder ist es eine scheiß Telefonleitung? Weil am Ende, die, äh, ich glaube, er wird so sieben, achtmal angerufen und es geht ja nur ganz am Schluss jemand ran und das ist dann seine Mutter. Ey, diese Mutter. Diese Mutter-Szene, er trifft dann seine Mutter, die dann sagt, oh, mein Sohn, mit dem ich seit 16 Jahren nicht geredet hab und die guckt nur auf ihr Handy die ganze Zeit. Und er sagt aber gleich, sie erzählt ihm von Geldsorgen und er sagt gleich, ich kümmere mich drum. Das zeigt wirklich, dass er ein guter, guter Junge ist. Sind wir da wieder in der koreanischen, ich glaube, dass tatsächlich in dieser Gesellschaft, es ist ja nicht das erste Mal. Aber, Moment, dieser Dialog mit der Mutter, sie ist ja die einzige, die bestätigt oder behauptet, dass es einen Brunnen gegeben hat. Was bedeutet das? Okay, was bedeutet Brunnen? Und gibt es diesen Brunnen oder nicht? Was denkt ihr? Ist diese Geschichte passiert oder nicht? Oh, tatsächlich ist das für mich eher uninteressant. Äh, ich finde, ich finde halt die Symbolik des Brunns viel interessanter. Okay, dann. Weil, so ein Brunnen ist ja, das ist etwas Tiefes, etwas Tiefes, das aber nach oben kommt, durch den Druck des Wassers, sag ich mal. Ähm, vielleicht steht das für irgendetwas, dass diese Mutter halt etwas mehr weiß von dem, was wir hier nicht wissen. Vielleicht hat sie die Lösung in der Hand, ohne es zu wissen. Vielleicht existiert die Mutter gar nicht. Vielleicht, äh, ach Gott, ich weiß es nicht. Ähm, hat ein Brunnen sonst noch irgendeine Symbolik? Ich meine, außer, dass er halt Wasser spendet und somit auch so eine Art lebenserhaltende Gerätschaft ist. Wie ein Gewächshaus. Ja, das, also ein Brunnen und Gewächshaus passt halt sehr gut zusammen. Das passt sehr gut zusammen, ja. Aber, ne? Zwangsläufig. Ähm, ob diese Geschichte stimmt. Ich will jetzt, ich schon, ich wollte jetzt Schlaggers Ambition jetzt hier keine Regel vorschieben, aber es war bei mir wirklich so, dass ich diese Szene mit der Mutter, die hat bei mir halt auch gar nicht so richtig ausgelöst, wenn ich ehrlich bin. Also, dafür, dass es seine Mutter ist, war es mir erstaunlich egal. Ja, gut, sie hat aber, sie hat aber, sie hat aber, sie hat aber, im Prinzip hat sie ja keine wirklichen Erkenntnisse irgendwie geliefert, finde ich. Ja, aber, was ich damit sagen will, ist, es gab halt Szenen in dem Film, die haben jetzt auch an und für sich keine Erkenntnisse geliefert, aber da hat mein Gehirn gesagt, hm, vielleicht bedeutet das, oder vielleicht bist du damit das gemeint. Ja, bei der Mutterszene war es so, nö, ich hab jetzt nicht. Aber du hattest ja. Ich bin gerade, ich, da war mein Hirn gerade auf dem Klo. Seine Emotionen waren, dein Herz war auf dem Klo. Genau. Du hattest ja, hattest du ja, während des Films, gab es ja auch eigentlich im Prinzip überhaupt keinen Grund zur Annahme, dass er seine Mutter irgendwie vermisst oder, keine Ahnung. Ich glaube halt, rückblickend ist die Mutter halt auch deswegen interessant, weil es ja, seien wir ehrlich, die einzige noch wirkliche Figur in dem Film ist, oder? Also wir haben halt die drei, Jong-Soo, Ben und Hayemi oder wie sie jetzt heißt und das war's. Also, ähm, ich hab den Film jetzt auch zum zweiten Mal geguckt und wenn du mir gesagt hättest, da vor der Zweitrichtung, ja, und achte auf die Mutter, hätte ich dir gesagt, welche Mutter? Ja, ja. Da sind nur drei Leute drin in dem Film. Ja, ich, also, für mich ist das dann auch tatsächlich ein bisschen so, diese Symbolik, die, also sie verkörpert ja dann, ich weiß gar nicht, was verkörpert sie, ist, ist das ein, ist das auch Materialismus, den sie verkörpert. Man kann auch was Tragisches reininterpretieren, weil wenn es halt wirklich seine Mutter ist, dann ist, dann, naja, scheint sie nicht besonders begeistert von ihrem Sohn zu sein, beziehungsweise, ihr Sohn ist ihr scheißegal und das ist natürlich in der Hinsicht dann nochmal tragisch, wenn man sich dann vielleicht auf die Theorie fokussiert, dass er vielleicht wirklich Ben ist auch noch, dass er so alleine ist. Er hat sie an den Klassenfeind verloren. Das auch, oder er hat sie halt umgebracht, ne, und er ist eigentlich jetzt alleine, weil er hatte zwei Frauen in seinem Leben, die eine hat er vielleicht umgebracht oder einfach verschreckt oder, ne, von sich gewiesen mit seiner Äußerung und die andere, äh, die will halt nichts von ihm. Ist da eigentlich auch irgendwo so eine kleine, ähm, es gibt ja dann auch immer diese Anspielungen, dass aus Nordkorea die Propagandatöne kommen, weil sie ja relativ nah an der, an der Grenze sind, ähm. Ähm, muss man ja auch sagen, dass ja auch Nordkorea ein etwas, hm, ich würde jetzt mal sagen, mysteriöses Land ist, auf eine gewisse Art und Weise. Da kannst du jetzt keine Safari machen, das stimmt. Ne, tatsächlich. Und, ähm, weiß ich nicht, kann man da irgendwie so einen, so einen, äh, innerkoreanischen Nord-Süd-Konflikt irgendwo finden? Frage ich mich gerade. Leute, die verschwinden, nie wieder zurückkehren. Ich habe mal gelesen, dass du in jeder südkoreanischen Produktion mit ein bisschen guten Willen auch ohne Probleme was Nordkoreanisches findest, also die Thematik Nordkorea. Und ich glaube, das ist bei Burning auch so. Da frage ich mich gerade, ob es da irgendwo so eine Art, ja, weiß nicht, so Sehnsucht nach, ähm, naja, also nach den nordkoreanischen Schwestern und Brüdern irgendwie gibt. Also ich, ich meine, das ist ja auch immer schwer zu sagen. Wir, wir, wir als Deutsche wissen ja, äh, wie es dann irgendwie so ist, ein bisschen in dem Zweig oder in dem geteilten Land zu leben. Aber wir waren ja damals alle noch Kinder. Und, hm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich finde sowas immer schwierig. Aber das muss ja irgendeinen Grund haben, weil ansonsten wäre es ja nicht im Film. Oder aber der Regisseur will uns verarschen. Der Regisseur hat gedacht, ich will einen langen Film haben, was könnte ich noch alles da reinpacken? Ja, komm, und dann kommst du mit nordkoreanischen Propagandaparolen, die über die Grenze drüber wuseln. Ich meine, da mache ich doch lieber nochmal einen Tanz in der Sonne oder so. Hm. Das ist, ähm, der Film ist halt wirklich ein Brocken. Also es ist ein sehr guter Film, aber er ist wirklich ein Brocken. Ähm, und auch in der Hinsicht ein Brocken, dass ich echt auch ganz froh bin, wenn ich ihn jetzt erstmal so nach diesem Podcast vor mir stoßen kann. Und erstmal wieder irgendwas anderes machen kann. Also, das ist so die Art von einem Film. Danach hast du auch richtig Bock, mal wieder ein Phantom-Commando mit Schwarzenegger zu gucken, ja? Habe ich nie dieses, nein, war mir ehrlich, ich habe dieses Bedürfnis, habe ich nie. Gut, beim nächsten Mal bei Sissi noch schön, passt irgendwas, machen wir Kommando mit Schwarzenegger. Und da finden wir auch was, was wir reindeuten können. Mit Stargast, der Andi Papelitzki. Oder was? Anstopp mir. Ja. Ja. Ja, also die Mystik des Films, dieses Gewächshaus, ist er der Mörder, was ist mit ihr passiert überhaupt, was ist mit dieser Katze, dieser Schrödingers Katze, habt ihr den Eindruck, dass wir das jetzt irgendwie umrissen hätten? Ja, zumindest weiß ich jetzt, was ihr davon denkt. Also, ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, wenn du jetzt einfach nochmal ein bisschen nachguckst oder nachbohrst oder dich noch ein bisschen mehr in den jeweiligen Gedankenwelten deiner selbst oder deines Gegenüber verlierst, dann wirst du noch so viel finden in diesem Film. Das ist ja, wie ich schon gesagt habe, das ist die ganz große Stärke des Films, aber es hat eben auch gleichsam das Frustrierende, weil es unglaublich, zumindest mir schwerfällt, da was zu finden, wo ich ganz klar mich dran haken kann, sagen, ja, ich sehe das so, und zwar deswegen und deswegen. Es ist das Ding, der Film, der gibt dir keine kleinen Leckerlis, um dich zu belohnen, deswegen kommt die Katze auch nicht raus. Ja. Wir sind die Katze. Oh ja. Die war Shit. Ah, was ich auch noch, was mir gerade einfällt, als er in ihrer Wohnung sitzt und da merkt, okay, jetzt kann ich meinen Novel schreiben oder was auch immer er schreiben möchte, hat er so einen roten Pulli an und er liegt ja auch kurz im Bett und man sieht sie dann vermeintlich, sie liegt dann hinter ihm, also er stellt sich offensichtlich gerade was vor, es könnte ja auch sein, dass er sich das Ende nur vorstellt, weil da hat er auch diesen roten Pulli an. Ich meine, ich meine, ich meine, das ist so die einzige Sache, die ich nachgelesen habe, nachdem ich den Film geguckt habe, da stand irgendwas, das praktisch nach dem Kiffen ist vor dem Kiffen, nee, wie war das? Nach dem Kiffen ist vor dem Kiffen. Nach dem Kiffen ist vor dem Kiffen. Das ist meine Lebensphilosophie. Bis zum Kiffen ist alles real und nach dem Kiffen ist es sein Roman oder irgendwie sowas. Ich bin aber nicht tiefer drauf eingegangen, weil ich mir da gedacht habe, könnte sein, aber interessiert mich gerade nicht. Wobei, ich weiß gar nicht, was da irgendwie dafür spricht, weil da müsste man dann den Film dann nochmal gucken und dann schauen, was passiert nach dem Käfen. Macht er dann irgendwie so Sachen wie Bruce Willis und sieht irgendwelche Toten. Das war wieder anders. Ich merk's. Also, wie ich auch schon sagte, ich glaube, ein anderer Filmemacher, Filmemacherin hätte daraus echt einen Genrefilm abgeliefert und vielleicht auch sogar einen guten. Aber es ist halt, es ist ein schwer zu fassender Film. Es fällt mir auch schwer, diesen Film zu empfehlen. Also in meinem Bekannten- und Freundeskreis würde ich, glaube ich, zwei, drei Leute, jetzt würden mir spontan einfallen, wo ich sage, hey, Burning, gib dir mal eine Chance. Und bei allen anderen würde ich eher sagen, boah, das ist jetzt gerade echt schwer, dir diesen Film zu empfehlen, weil das eben schon ein, ja, ein Special Interest. Ja, aber tut man ihnen damit nicht was Gutes? Ich meine, nee. Ich meine, wenn du jetzt hingehst und sagst, ey, isst du mal ein Big Mac von McDonald's? Nein, aber ich finde halt, Filme ist nochmal was anderes, weil wenn du was nicht magst essen, dann isst es halt nicht. Dann hast du halt, was soll's, dann trinkst du einen Schluck Wasser. Aber so einen Film gucken, der dann nach zweieinhalb Stunden dann geht, ähm, also, ich möchte nicht sagen, dass ich in meinem Bekanntenkreis nur Idioten habe. Nee, das hat nicht. Also, ich habe ein paar Idioten im Bekanntenkreis, aber das hat jeder. Es gibt doch irgendjemand, der diese DVD dir geschenkt hat, Blu-Ray. Eben. Ich glaube auch, dass derjenige, ich meine, es war der Kühne und ich glaube, der meinte auch so, das ist nicht sein Film. Warst du es selbst? War es der Ben in dir? Der Ben in dir. Oh mein Gott, ist Schluck etwa Jung-Sung und Max meine Haiemi? Ich bin schon immer deine Haiemi. Haiemi Kempel. Ja, Max, du Schlampe, tanzt dir einfach, du sitzt doch auch nackt vor diesem Podcast-Mikrofon, hast du gesagt. Schäm dich. Ich habe mir gestern die Brüste vergrößern lassen. Deswegen achtest du da auch drauf. Ja, ja, klaro, ich will ja wissen, was so die Konkurrenz so treibt. Also, der Film ist toll, der ist immer noch toll. Ich fand ihn beim ersten Mal einfach ein bisschen besser, weil er mich da halt noch komplett überraschen konnte, sage ich mal. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich werde diesen Film in den nächsten zwei, drei Jahren nicht nochmal gucken. Ich schaue ihn heute noch. Ja, das ist mir klar, das ist mir klar. Ich habe den noch zwölf Stunden ausgeliehen. Könnte ich nur fünfmal gucken. Ich komme immer wieder auf das eine zurück, er ist zum einen halt unglaublich wunderbar, weil er so sphärisch so schwebend ist, aber er ist auf der gleichen Seite halt auch so unglaublich frustrierend. Und das ist eine Qualität, wie ich finde. Das ist wirklich eine Qualität, aber halt eben eine, die man halt hinnehmen muss. Ja, genau. Also wieder dieses, ich will nicht alles vorgekaut bekommen. Ich finde es toll, wenn man wie mit euch jetzt drüber diskutieren kann, was könnte das eine bedeuten, was könnte das andere. Und dieses, stehen die Greenhouses für Frauen und keine Ahnung und was weiß ich und die Katze und die Schwangeren und die Brüste, sind sie jetzt operiert, sind sie größer, lass uns nochmal zurückspulen, lass uns diese Brüste ganz genau anschauen. Das finde ich schon interessant. Das ist tatsächlich einfach nur ein Grund, um Brüste anzugucken. Ja, wenn ein Film das macht. Das ist ein ganz, ganz billiger Trick. Aber mich stört da tatsächlich die Länge. Also wenn ein Film so lang ist, dann fühle ich den Frust dann umso stärker. Deswegen wäre meine Kritik an diesem Film, der hätte auch kürzer sein können. Ich mag auch lange Bücher nicht so gerne. Ich muss tatsächlich sagen, ich fand ihn halt nicht lang und ich fand ihn auch nicht ermüdend, aber das liegt halt dann ganz einfach an mir. Ja, also es kommt halt immer darauf an, Boaz of Raid geht auch drei Stunden und da habe ich die drei Stunden halt nicht gemerkt, tatsächlich. Ja, der hat ja auch Episoden, da gibt es ja fünf Episoden. Ist ja eine Miniserie. Aber er hat mich halt von der Laufzeit her ein bisschen an diesen, auch an Drive My Car erinnert, den ich auch ganz, ganz toll fand, wo ich aber auch sage, Drive My Car geht drei Stunden, wo ich auch sage, und ich weiß, wenn der Kollege Paul das heute würde, würde mich jetzt wünschen wollen, aber ich finde auch, dass Drive My Car diese drei Stunden nicht benötigt hätte. Ja, gut, aber dieses nicht benötigende, also in dem Punkt gebe ich dir sowohl bei Drive My Car als auch bei Burning recht. Das ist aber dieser poetische Ansatz, der wahrscheinlich im asiatischen Raum noch ein bisschen mehr zelebriert wird. Da gibt es noch eine Kameraeinstellung dazu und so. Die kosten da weniger. Ähm, ich glaube, jetzt bin ich am Mikrofon gekommen, ich glaube tatsächlich, dass wir gerne, außer ihr habt noch irgendwas total Geniales und ich weiß alles, was ihr sagt, ist genial, aber vielleicht können wir hier zum Schluss kommen. Ja. Weil ich gerne nämlich sagen würde, wie wir das jetzt machen mit dem nächsten Film, weil ich weiß gar nicht, haben wir so eine Art Rhythmus, dass jeder einmal dran geht und wenn ja, wer ist dran und hat einer von euch nochmal, ich weiß es, weil es so sehr unelegant ausgedrückt. Ähm, wenn du was hast, schmeiß es in den Topf. Ja, ich wäre, glaube ich, dran, aber, ähm, ich hab nix und, äh, ihr hattet doch mal was vorgeschlagen, was war denn das nochmal? Ich hab keine Ahnung mehr. Also ich, ich hatte ein paar Filme so im Kopf, ähm, dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, hab ich, und das klingt jetzt fies, aber so ist es nicht gemeint, ich hab den Schloggerfaktor vergessen. Es gibt ja ein paar Sachen, liebe Schlogger, da bist du nicht so ganz für, deswegen dachte ich mir, nee, ich will ja auch dich nicht quälen, ne? Und du meinst, dass ein Kind stirbt oder so? Alle sterben. Alles. Ähm, ja, das ist in Ordnung. Ich habe tatsächlich, ähm, weil halt, ähm, Burning jetzt schon schwere Kost war. Ja. Weil Filme vor Augen, äh, der eine ist sehr, ich sag mal, realistisch, sehr authentisch, aber auch sehr schön hat, für mich eines der schönsten Enden der letzten Jahre. Und der andere ist, ich weiß, den fand ich, den hab ich jetzt jüngst geguckt und der ist auch sehr schön, aber ich weiß nicht, ob da so viel drin steckt, um da zu interpretieren. Ähm, das eine wäre Florida Project von Sean Baker und das andere wäre Swansong von Todd Stevens. Gott, ich fühl mich wieder wie der letzte Depp hier. Also. Ich hab auch gefunden, was Max vorgeschlagen hat übrigens, er hatte vorgeschlagen, die Haut, in der ich wohne. Ach so, ja. Gut, den können wir mal weglassen, weil es Almodovar, den. Ja, da geht's auch wieder um Brüste und Brüste hatten wir heute. Ja, sorry, guck mal leid. Also in dem Film geht's ja eigentlich nur um Brüste, das reicht ja auch. Also Florida Project fänd ich ja phänomenal geil, wenn wir den besprechen würden, weil ich diesen Film... Also, dann machen wir's so, wir machen beim nächsten Mal Florida Project. Ich möchte aber euch empfehlen, Swansong von Todd Stevens mit Odo Kier zu gucken. Das ist ein Film, der füllt leere Herzen. Ein ganz, ganz schöner, famoser Film. Aber ich glaube tatsächlich, so was Interpretation und so angeht, ist, glaube ich, Florida Project wirklich besser. Ähm, und liebe Schlogger, mach dir keine Sorgen, in dem Film geht es um Kinder, aber es stirbt kein Kind. Das wollen wir mal sagen. Spoiler. Und? Okay. Das geht um Disneyland, hey. Uh! Ey, das Ende. Also ganz ehrlich, die letzte Szene oder die letzte Sequenz von Florida Project ist... Nee, nicht spoilern. Nein, 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 nein. Ich sag doch nur, dass es großartig ist. Ja, aber das finde ich auch schon, dann bin ich jetzt so gehypt und denke, das ist eine großartige Szene. Ach Gott, Kind, werd erwachsen. Nein. Das ist schlimm mit dir. Ja, das ist schlimm. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Ich möchte völlig unbefangen Dinge erleben. Sonst sagen wir dir einfach nicht, wie lang der Film dauert, weil dann weißt du nicht, was die letzte Szene ist. Ah, oh, das gefällt mir. Okay, sehr schön. Guck mal, du, der Max macht das richtig. Ja, der Max ist auch ein Sitzpisser. Das stimmt übrigens, weil es einfach hygienischer ist. Ach, leck mich einmal. Ja, super. Okay, das heißt, unser nächstes Projekt ist das Florida Project. Ja, geil. Und ist heute was mit Sonic Creme zu tun. Ja, ich hätte sogar noch einen Film, aber den gibt's doch nicht im Heimkino, nämlich das Lehrerzimmer. Nee, das Lehrerzimmer. Ja, den will ich unbedingt sehen, weil du darüber, irgendwie war das so interessant, wie du über den gesprochen hast. Den will ich auch gucken. Den gibt's aber leider erst Anfang Oktober dann als VOD und dann kostet der, glaube ich, auch wieder 80 Euro. Deswegen würde es noch ein bisschen dauern. Aber den würde ich sehr gerne mit euch besprechen, weil da würde mich tatsächlich auch mal die Meinung eines echten Elternteils interessieren. Und weil Max ja dann auch noch mit dabei ist, dann darf der auch was dazu sagen. Was, was ich, also ob ich kein Elternteil wäre, nur weil ich keine Kinder habe. Du kennst auch Eltern. Ich hatte mal eine. Eine Elter. Eine Elter. Ja, dann Florida Project bin ich gerne dabei. Ich glaube, der lief auch in meiner geliebten Sneak und was in meiner Sneak läuft, kann eigentlich fast nicht schlecht sein, außer wenn ich sporadisch reingehe. Ich sage euch eben noch schnell, dass es den in der Flat gibt bei Magenta TV, da jubeln wir, bei Join und bei Arthouse Plus. Den habe ich übrigens noch. Oh, Join finde ich gut. Join kenne ich. Ja. Okay, cool. Dann, äh, wir hatten ja kein Chat, also wenn ihr irgendwelche Ideen habt für dann Folge, keine Ahnung, 8 oder sowas, die übernächste, bitte in die Kommentare, wir lassen uns immer gerne inspirieren. Falls ihr zu dumm seid, um Kommentare zu schreiben, reicht es uns auch, wenn ihr uns liked. Das, äh, da muss man nur einen Knopf drücken. So macht man das, Max. Guck mal, so kriegt man die Leute dazu. Ja, oh Gott. Hey, ich versuche immer noch für uns so ein Zweitgewerbe aufzubauen, dass wir Hochzeit planen. Ach so, stimmt. Ja, genau, das machen wir jetzt übrigens auch, Max, weil Trauzfolgen hat uns erklärt, dass man es in 10 Tagen ganz leicht macht. Das ist ja für beiden, so wie ich jetzt Herzchirurg werde, innerhalb von 14 Stunden. Ja, also Max, wenn du jetzt in den nächsten 10 Jahren heiraten, äh, 10 Jahren meinst, 10 Tagen heiraten willst, ich meine, äh, ich wohne in Köln, Schlogger in Hamburg, das ist doch einfacher, da kann man von 10 Tagen noch was machen. Ja, du, da hat der Challenge accepted, ich schreibe Julia gerade schon, hey, was hältst du davon heiraten? Was hältst du davon? 10 Tage, komm, Romantik für den Arsch, komm, okay. Okay, alles klar, dann, äh, ich danke euch. Ich bedanke, ja, ich wollte gerade, ich wollte gerade sagen, ich habe euch lieb, das habe ich zwar auch, aber, ähm, ich wollte mich erstmal nur bedanken für eure Teilhabe. Ja, gerne, habe ich gerne gemacht, ähm, ja, ich bedanke mich auch an alle Beteiligten, äh, hinterm Mikrofon und, äh, unter den oder neben den Kopfhörern, äh, und, äh, freue mich aufs nächste Mal, wenn wir dann nach Florida gehen. Übrigens ein Film mit William Dafoe, der ist also auch wieder dabei, geil. Mit Baden. Und mir fällt gerade auf, glaube ich, in The Runner Project ist auch eine Brustszene, verdammt. Okay. Ah, egal, was soll's. Wir wollen doch intellektuell sein. Ja. Das geht nicht mit Brüsten, Brüsten sind profan. Brüste sind profan, so. Was, was schade ist denn, ich mag Brüste. Boah, ich weiß schon, was ich als Übernächstes sehen will. Ein Film mit Pimmel und da habe ich einen guten. Ja, äh, Bo's Afraid, oder? Der haben wir schon. Nee, also, da ist eine Kamera. Wir müssen zum Abschluss kommen. Ja, komm, bitte, also, tschüss. 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 Podcast-Plattform. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.